oder spiele ich messen so kommt man hier so hoch mit einer einzigen wand muss ich den noch setzen ach nee das ging hier nicht 2, 1, Attackers incoming. Defend Objective A. I don't want Discord anymore. I don't know. In the middle? I don't know. I don't know how long I have to contest. I don't know. No. I have no Sentries seen. I have a Teleporter at the end. I have no Sentries seen. They say, yes, that is always more useful than... ... ... Okay. I need me here Schützenworms. No. Okay. Letztes Contest. Ich habe nur drauf gewartet. Schon spät wurde. Geht hier? Echt sagen wir mal. Mal, du bist so schnell. Hast du headshots bei dem gemacht oder wurde hier gestorben? Hast du headshots bei dem gemacht oder wurde hier gestorben? Gut dann stimmt. Errrr. Das Matze? Errrr. Er hat seine Senyata-Ultra-Tritt benutzt. Hat er sie benutzt als er fast eingefroren war? Was für ein Spiel! Einfach nur drauflaufen. Aber wie willst du auch sinnvollen Angriff koordinieren, wenn die alle dauert in deinen Spawn reinrennen? Oh, da haben sie sich nicht getötet bekommen. Das ist ein Torsten. Con. Ja. Ja. Musst einfach wieder drauf als Eisblock. Und dann die Eiswand vor dich. Das kostet so scheiße. Okay. Und dann sind die sogar gestorben, ja? Jetzt haben sie den Reinhardt nicht. Wie wollen die jetzt angreifen? Wie viel Zeit die da rein verschwenden. Wenn das nicht einfach nur ein Joel ist, dann weiß ich auch nicht. Einfach wieder heranspringen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Wir sind oben drin. Die springen gleich runter. Ja doch, da waren drei von uns. Aber ich habe mich unsterblich gemacht und die anderen beiden, denen war das egal. Die hatten voll Leben. Okay. Jetzt haben sie mobil. Aber nicht gerade tanky. Und? Was soll denn das? Was? Das stimmt.